Oh, Leute, wir haben versagt, wir haben das Segment nicht bekommen, Eroboss hat die Chance es zu bekommen und wo bin ich hier? Leute, wo bin ich hier? Och, und warum bin ich hier auf einem Baum? Ist das hier denn Neser? Leute, ist das der Netanesser? Aber warum stehen hier dann normale Bäume? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Hallo, ist hier irgendjemand? Hä? Leute, wir haben eben versagt, hier ist eine Kuh. Im Neser wäre nie eine Kuh. Und ich brauche Essen. Give me your Fleisch, please. Das brauche ich gar nicht. Warum ist hier eine Leiter? Was? Hier sind Leute. Das sind die Bewohner von Eroboss. Und zwar alle, soweit ich sehen kann, oder? Ne, hier fehlen einige. Was ist hier los? Und wieder wird alles von Unwurstigen zerstört. Ich, ich komme gerade nicht mit, Leute. Wirklich nicht. Was ist hier? Warum passiert das alles hier? Ja, das wüsste ich gerade auch gerne. Was ist hier los? Und wo ist Eroboss? Also, oder wo sind eure Häuser? Oder wo sind wir überhaupt generell gerade? Jetzt spielt Geld keine Rolle mehr. Alles Geld unwichtig. Habe ich schon mit Gustav gesprochen? Schon wieder der gleiche Mist. Was ist denn hier? Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Gregor. All meine Autos, weg. Ja, schön. Kann mir mal jemand was erklären? All die Gebäude. Alles war so lange geplant. Es ist zerstört. Ja, warum? Wie konnte es passieren, dass du verlierst? Wie? Wie, ich habe verloren. Hä? Oh, Drake. Kostenloses Notessen. Okay, cool. Warum musste nur alles und vor allem die Pizzeria zerrissert werden? Ja, keine Ahnung. Ja, das Dreiflash-Maland-Design ist aber schon ewig her. Was ist Jodler? Nicht mehr so gut, was? Jomai. Ja, finde ich gerade auch nicht so gut. Meine Pizza und ein, du armer. Old Drake. Kostenloses Notessen. Ja, mit dem hatte ich gerade. TCS. Es sind zu viele gestorben. Der Trilladär, Peggy, Flo und Dinky. Es ist nicht fair. Warte. Nein. Peggy war diese eine kleine Fee, Leute. Die wir im Haus hatten. In unserem Atrium. Nein. Die ist tot. Die kleine. Oh nein. Flo ist tot. Okay. Genau. Leute. Flo ist tot. Super. Und Dinky. Und Dinky. Nein. Das Diamantschwein. Das ist legendäre. Oh, das ist doch alles Mist hier. Und wo sind die an? Das AP-Plan. Leute. Ich glaube, die Leiter führt auf diesen Berg rauf. Leute. Was genau ist hier bei... Die haben gesagt, ich habe verloren. Ah, und wir müssen noch gleich zum Rila und ihrer Familie. Quatsch ist hier... Okay. 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 Von vorne. Boah. Hast du eine krasse Ressource und ein krasses Schwert? Ich will auch... Leute. Ich habe gerade gar nichts. Gar nichts. Das Ende ist nah. Möge der Weltuntergang begegnen. Nein. 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 Ich will nicht, dass der beginnt. Schuhschrank. Das Böse hat den Altar bekommen. Es wird nun seine volle Stärke erreichen. Wir haben das Segment nicht bekommen, weil Erebos es schon hatte, Leute. Verdammt. Also so richtig... Verdammt, Leute. Wir haben verloren. Erebos hat den Altar. Und wo ist dieser Drecksack überhaupt? Star. Hey, na, wie geht's dir das mit deinem kleinen süßen Freund? Tut mir leid. Aber danke, dass du meine Schwester befreit hast. Ich... Äh. Ringo. Wir konnten einige Alter von dir retten. Mögen sie dir gute Dienste erweisen? Ja, ich gucke gleich. Wahrscheinlich in der Kiste ist das, denke ich mal. Plenni. Ich habe Angst, Daddy. Ich habe gerade auch Angst, wenn ich ehrlich bin. Oh, Cyric. Es scheint, als wäre das das Ende von allem. Ne, will ich nicht. Bin ich dagegen? Nö. Professor Einstein. Ui. Ui. Du lebst, mein Freund? Wie? Die Zeitmaschine wurde zerstört. Vielleicht haben die letzten Dimensionskatalysatoren ein letztes Mal Kraft aus dem Kern nehmen können. Aber viel wichtiger ist, Erebos hat mit den Segmenten den Altar erschaffen und die Welt verändert. Alles ist weg. Einige sind gestorben. Aber ich habe einen Plan. Ich habe, während du weg warst, einen kleinen Apparat erfunden und diesen mit deiner DNA gespeist. Stelle dich nur... Nur ganz ruhig, Erebos. Die Überraschung wird kommen. Ja, toll. Ich wüsste gern, wie der Plan aussieht. Ich gucke gleich in die Truhe. Ich will erstmal noch mit den anderen sprechen. Leute, von welchem Plan schwarf ein Stein? Hier läuft alles ganz und gar nicht nach Plan. Unser Plan war, schnappt ein Segment. Erebos hat keine Chance mehr. Wir haben gewonnen. Nein. Aber Erebos hat es natürlich geschafft. Ego, es ist alles so trüb. Ego, so blöd. Ja, das finde ich auch. Mel. Post hin oder her. Wir müssen Erebos stoppen. Ja, das finde ich auch. Aber wie denn? Er hat alles. Er hat den Altar. Wir haben verloren. Tony. Alles nicht so duft, der Herr. Ja, ja. Alles nicht so duftig. Ja, das finde ich auch. Merida. Werden meine Kinder überleben, kannst du uns retten? Ich hoffe es. Ey, Leute. Wir müssen diese Bewohner jetzt retten. Wenigstens die, die noch leben. Für alle, die nicht hier sein können. Leute, wir müssen versuchen. Die kleinste Chance, die sich uns ergibt, müssen wir nutzen. Für wirklich alle, die hier nicht sein können, Leute. Müssen wir diese Chance ergreifen. Manchmal muss man neu anfangen. Manchmal muss man all die Dinge hinter sich lassen. Und Leute, wir müssen jetzt alles hinter uns lassen. Das ist wirklich das Ende. Was ist hier? Erebium Helm. Erebium Brustplatte. Erebium Hose. Und Erebium Stiefel. What? Was haben die für kranke Verzauberung? Okay. Leute, die sieht schon ganz duftig aus. Erebos, das Schwert mit 35,5 Angriffsschein. Leute, das ist mal wieder ein relativ einfaches Schwert. Das hatten wir ja quasi seit Origin nicht mehr so ein schön einfaches Schwert. Schärfe 10. Rückstoß 4, Verbrennung 4, Haltbarkeit 6 und Reparatur. Okay. Erebos kann einstecken, Leute. Mit Erebos können wir Erebos besiegen. Oh mein Gott, ist das verwirrend. Was haben wir? Ein Dreierbogen. Verzaubert mit Unendlichkeit. Wir haben die enderste Perle. Die kennen wir ja jetzt schon gegen Atheon und ein bisschen Essen. Leute, was ist der Dreierbogen genau? Der schießt drei Pfeile. Ja, okay. Leute, Erebos kann einstecken, wirklich. Jetzt kommen wir. Ich kriege noch nicht mal Falsch... Okay, Leute, ich muss ein bisschen die Rüstung jetzt testen. Wie viel Falschaden kriege ich von hier oben? Ein halbes Herz nur. Wie cool ist das denn? Leute, Erebium ist... Ich weiß noch nicht wirklich, was das für ein Element ist. Aber es ist ultra stark, glaube ich. Und hier haben wir Erebos, Leute. Das Schwert. Oh Mann. Wir hatten ja... Leute, ihr müsst wissen, wir haben ja auch diese Schwerter in allen unseren Projekten bisher gehabt. Erebos ist anscheinend vielleicht das Letzte. Wer weiß, Leute. Aber, Leute, wir hatten allererstes das Origin-Schwert, was wir damals bei Mr. Handelsmann bestellt hatten. Daraufhin kam Skylands. Da hatten wir erst mal gar kein Schwert. Das haben wir nämlich erst in Timestorm im darauffolgenden Projekt gefunden. Ähm. Dort hatten wir halt die Zeit... Hatten wir Skylands, das Schwert. Und auch... Ich weiß nicht mehr, wie das Schwert von Timestorm hieß. Ich glaube, auch Timestorm. Und die zusammen... Haben die Zeitklinge ergeben. Ah, nee, gar nicht. Die hatten noch ein anderes Schwert ergeben, Leute. Und dann nochmal die... Oh Gott, Leute, ich bin voll verwirrt. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Aber alle Schwerter zusammen haben bisher die Zeitklinge ergeben. Die wurde ja ausgesorgt. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich glaube, die wurde zerstört, Leute. Habe ich irgendwie da jetzt Befürchtungen, weil die haben wir nicht. Oder eine Steine hat sie, ich hoffe es. Und jetzt haben wir Erebus, Leute. Und ihr seht schon... Das schimmert so ein bisschen lila-bläulich auch, Leute. Das erinnert mich an Origin, an unser erstes Projekt. Und das hier ist gefühlt jetzt das Letzte, weil das hier ist der Weltuntergang, Leute. Aber wir haben diese enderste Perle. Das ist ja dieses schwarze Loch. Wir haben ein paar Goldäpfel und Schweinefleisch. Also, Schweinefleisch ist ganz toll. So, aber... Leute, jetzt kann Erebus einstecken. Aber wir hatten hier auch Oldrake. Wir könnten uns hiervon noch ein bisschen Essen mitnehmen. Leute, ich nehme mir aber die mit, weil die waren ja so krass. Ich weiß nicht, was da... Hier, das waren diese Hydra-Koteletts. Die haben Koteletts, die haben uns richtig viel Zeug gegeben. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Nehmen wir auch mal mit. Dann nehmen wir davon mal... Zehn Stück, Leute. Ich möchte nämlich gucken, was das ist. Ob das vielleicht Effekte gibt. Und das hier ist Hirsch-Stake. Das weiß ich. Experiment 115. Labyrinth-Faffel. Mief-Strogonoff. Okay, Leute. Wir müssen jetzt ein bisschen rumrennen. Damit wir... Wobei Schaden bekommen, Leute. Ich möchte gucken, ob das Effekte gibt. Aus dem Grund, wir müssen uns jetzt wirklich auf den Endkampf vorbereiten. Und ich will wissen, welchen Plan Einstein hat. Also wirklich. So kriegen wir dreieinhalb Herzen Schaden, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, mit der Rüstung haben wir nur ein halbes Herz Schaden bekommen. Experiment. Bringt uns gar nichts. Das heißt, wir müssen nochmal springen, Leute. Weil wenn man Schaden hat, bekommt man auch Hunger. Labyrinth-Faffel. Nothing. Wir haben noch Mief-Strogonoff. Und dieses Hydra-Kotelett, was ultra krasses, was wir ja schon kennen. Das gibt zwar keine Effekte, aber auf jeden Fall voll Hunger. Okay. Ähm. Ach, vielleicht sollten wir das nicht wegwerfen, wenn die Bewohner davon noch was haben wollen. Okay, Leute. Ich fühle mich zwar ganz und gar nicht bereit auf so einen Kampf gegen Aeroboss. Aber, Leute. Wir müssen jetzt optimistisch sein. Wir müssen optimistisch sein. Leute. Wir haben hier die Erebium-Erebium-Rüstung. So, boah, das ist ein Zungenbrecher, Leute. Erebium. Wer hat sich dieses Material ausgedacht? Und wir haben Aeroboss das Schwert mit 33,5 Attack Damage, Leute. Das bisher stärkste Schwert, was wir in diesem Projekt hatten. Jetzt mal abgesehen von der Zeitklinge. Die aber gefühlt immer schon das stärkste Schwert war. Leute. Jetzt kann sich Aeroboss aber so richtig in Acht nehmen. Der sollte sich in Acht nehmen, Leute. Wir kriegen den hin. Wir besiegen den. Egal, was ihr denkt. Leute. Ich weiß, wir sind eigentlich ziemlich kacke ausgerüstet. Ja. Ich sehe es genauso. Aber, Leute. Was er erzählt, ist nicht die Ausrichtung, sondern der Wille. Außerdem halten wir zusammen, Leute. Wir, Team Planet, werden Aeroboss jetzt so richtig in den Arsch treten.